Das Leben Eben, der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft. Hallo zusammen, das ist die erste Folge des Podcasts für das Leben Eben. Ja, und in dieser geht es eben um unser Leben. Heute mit der Frage, was können wir von Pfadi und von Jesus für das Leben lernen. Ich wünsche euch viel Spass. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Handy in der Insta-App. Noch nichts Neues zu finden. Meine Frau und sie sind unterwegs. Ich übernehme mich eingesteuern und frage sie immer wieder, ob es Neuigkeiten zu berichten gibt. Aber immer noch nicht. Unsere Kids sind vor wenigen Stunden ins Pfadi-Bundeslager abgereist. Vollpackt mit einem Rucksack, der fast gleich gross war wie sie selber. Das ist nicht das erste Mal, aber gerade in den ersten Stunden ist es für die Eltern doch etwas Spezielles, wenn die Kinder ins Lager reisen. In der heutigen Zeit ist das wohl eines von den wenigen Augenblicken, wo man während ein oder zwei Wochen gar nichts von den Kindern gehört. Loslassen und Verantwortung für einmal weitergeben, das ist nicht immer einfach als Eltern. Aber dann das erste Bild im Insta-Profil von Pfadi-Enats. Die Kinder sind gut angekommen. Wir suchen auf dem kleinen Foto unsere zwei Jungs. Die Ecke vergönnt und ab und zu sie neue Einträge zu finden. Und natürlich verfolgen wir Berichterstattung in den Medien. Das grösste Pfadilager der Schweiz begeistert über die Pfadi-Welt hinaus. Im Livestream schauen wir von daheim aus die 1. Augustfeier und das Abschlussfest. Über 30'000 Kinder und 5'000 Leiter stehen nebeneinander und feierend. Mir fällt sofort auf. Es ist eine fröhliche und sehr friedliche Stimmung. Man kann beobachten, wie sie zaufeinander schauen, wie sie füreinander da sind. Beim Verlauf des Areals gehen die Teilnehmer in Polonaise-Form zurück zu ihrem Lagerplatz, sodass jeder Zwölfli und jeder Pfadfinder den Anschluss zur eigenen Abteilung nicht verliert. In Stunen wird die Leiterinnen und Leiter und Kinder es schaffen, gegenseitig Verantwortung füreinander zu übernehmen. Alles scheint durchdacht zu sein. Es gibt sogar junge Menschen, die sich darum kümmern, dass es keine grössere Umweltschäden auf dem Lagerplatz gibt. Sicher, es gibt auch hin und da in diesen zwei Wochen Stritt. Aber schlussendlich zählt das Gemeinsame. Man ist die Pfade. Und dann, nach einigen Tagen, fährt der Zug in ihn anziehen. Mühe, die aber glückliche Kinder strömen aus den Wegen und freuen sich auf das Wiedersehen mit den Eltern. Ich bin natürlich froh, dass auch unsere zwei Kinder gesund zurückgekommen sind. Aber gleichzeitig frage ich mich, warum schaffen wir es in der heutigen Welt, nicht friedlich und verantwortungsvoll miteinander umzugehen, so wie die in der Pfade? Warum bekriegen wir uns gegenseitig? Machen uns Vorwürfe? Haben Angst, dass wir zu kurz kommen, zum Beispiel im nächsten Winter, dass wir zu wenig Strom haben und feiern müssen? Warum schaffen wir es nicht auch im Grossen, uns gegenseitig beizustellen und miteinander und füreinander zu sorgen? Denn eigentlich wissen wir doch, es hat genug getan für alle. Und eigentlich wissen wir im Hintergrund aus der Anfangszeit vor der Pandemie auch, wir können es schaffen, gemeinsam. Vielleicht ist die Antwort immer Gleichnis von Jesus zu finden. Es waren einmal zwei Männer, beide wollten ein Haus bauen. Der eine sucht einen Ort aus mit festem Boden. Er arbeitet hart, macht ein tiefes Loch und legt ein gutes Fundament an. Der zweite Mann hat möglichst schnell sein Haus fertig zu haben. Er hat auch einen schönen Ort gefunden. Der Boden war grösstenteils aber dort aus Sand. Aber egal, er hat gebaut, ohne Fundament. Und so war er natürlich auch einiges schneller. Beide Häuser sind aber wunderschön geworden. Man hat eigentlich keinen grossen Unterschied gesehen. Aber eines Tages ist ein grosses Gewitter aufgekommen. Der Wind und der Regen haben über die Füße gefckt. Beide Hausherren waren froh, ein Dach über dem Kopf zu haben und in Sicherheit zu sein. Doch irgendwann hat die Wassermasse, der Sand, der Sand so weggefckt vom Haus, dass das Haus vom zweiten Mal eingestürzt ist. Das Fundament, das das Haus dreht hätte sollen, hat gefehlt. Ich bin davon überzeugt, dass die Jugendverbände wie Pfadi, Blauring, Jungwacht oder Zevi genauso ein Fundament legen können in unserem Leben. Unsere Gesellschaft verliert nach und nach ihre eigenen, auch religiösen Wurzeln. Weil sich viele durch die Entwurzelung verloren fühlen, entsteht Unsicherheit und Angst. Angst vor dem Fremden. Angst, dass man zu kurz kommt. Angst, dass man selber nicht wahrgenommen wird. In den Jugendverbänden wird bereits ganz als kleine Kinder gelernt und ein Fundament geleitet, ihnen geschenkt. Ich bin selber als Kind und Jugendlicher ein begeisterter Jungwächtler gewesen. Und auch heute noch gestalte ich ganz unbewusst mein Leben nach den Grundsätzen des Verbandes. Zusammen sein, mitbestimmen, glauben leben, kreativ sein und Natur erleben. Pfadi und andere Jugendverbände haben ganz ähnliche Grundsätze. Und ich bin überzeugt, dass gerade darum das Bundeslager mit über 35'000 Personen so friedlich über die Bühne gegangen ist. Es ist wichtig, dass jede und jeder von uns seine Wurzeln hat, ein Fundament hat. Und dann kann man auch stürmische Zeiten überstehen. Vor uns liegt wahrscheinlich ein schwerer Herbst und Winter. Aber wenn wir ein Fundament haben, dann können wir auch auf das vertrauen, dann können wir auch darauf bauen. Wir wissen dann, es hat genügend Ressourcen auf der ganzen Welt. Wir müssen sie nur richtig verteilen. Mit diesem Fundament müssen wir keine Angst haben. Und wir müssen nicht in Gier verfallen. Sondern bewusst zusammenheben, zuversichtlich sein und teilen. Wenn uns zu teilen und aufeinander achten gelingt, dann werden wir auch diese Zeit überstehen. Und es wird genügend Ressourcen haben. Und Pfadi hat es uns ja jetzt vorgemacht. Es funktioniert. Ich wünsche allen eine ganz gesegnete und schöne Woche. und pöre die Gott. und pöre die Gott.